Hallo zusammen, ich wollte nur kurz zeigen was ich in diesem Kurs gelehrt habe. Hier ist die Kali-Maschine und ich setze gerade meine IP, damit ich im gleichen internen Netzwerk bin. Das ist jetzt mein Server, den ich schnell abhinge, um zu schauen ob ich ihn mit meiner Kali-Maschine erreichen kann. Gut, ich zeige euch jetzt einen nmap Stealth-Scan mit OS-Detection, um zu zeigen was alles in diesem Netzwerk drin ist. Ihr seht, hier hat er eine Linux-Maschine gefunden, das ist der Server mit drei Portes offen. Und das hier ist noch meine Kali-Maschine. Gut, genau diese zwei. Jetzt starten wir die Set-Attack-Proxy, mit dem können wir die Webseite genauer analysieren. Und auch scannen nach Vulnerabilities. Ich zeige euch jetzt mal den Browser auf und zeige euch, ich bin nicht mit dem Messer-Netzwerk verbunden, nur mehr mit dem internen. Das ist jetzt der Server. So sieht die Webseite halt aus, ist zum Testen. Jetzt seht ihr hier das Spidering. Es tut einfach die Webseite aufleisten von der Seite selber. Jetzt tun wir noch das Active Spidering machen. Er folgt allen Links in dieser Seite und macht wie eine Karte von allen Links, die wir jetzt für unsere Scans benutzen können. Jetzt scannen wir SQL Injection. Einfach das jetzt mal. Das ist einer von häufig genutzten Schwachstellen sozusagen. Jetzt scannt ihr und jetzt bei den Alerts sollten wir sehen, rote Flagge SQL Injection. Jetzt haben wir hier die Seiten, die verwundbar sind. Jetzt kopieren wir diese einfach. Und jetzt können wir eine SQL Map benutzen, zum Beispiel, um das exploiten. Jetzt tun wir hier SQL Map. Auf die Datenbank prüfen und jetzt den Link noch reinpasten. Diese Seiten einfach prüfen sozusagen. Jetzt sehen wir hier zwei Tabellen mit der Datenbank gefunden. Exercises. Die schauen wir jetzt noch genauer an mit Tables. Was für Tabellen drin sind. Users. Jetzt können wir noch schauen, was für Kolumne in dieser Tabelle namens Users drin ist. Also was dort genau drin ist. Und ihr seht Namen und Passwörter. Passwörter in Klartext. Ganz schlecht. Jetzt können wir das einfach auslesen. Probieren wir es mal. Jetzt können wir die ganze Tabelle tampen, also auslesen. Und ihr seht auch schon mal. Admin Admin Routan. Also alle Namen und Passwörter. Das war jetzt ein Beispiel von SQL Injection. Jetzt zeige ich noch Cross-Side Scripting. Das gibt es auch. Jetzt zeigen wir hier. Hier hat es Webseiten gefunden. Jetzt können wir so eine Webseite nehmen. Und jetzt einfach öffne ich die mal, um zu zeigen, was der Scan genau gemacht hat. Ihr seht, es gibt hier einfach ein Eis aus. Man hat hier einfach ein Script angefügt an den Link, an die URL. Das kann ich jetzt auch ändern. Ich kann jetzt auch herrschreiben, dass es angreifbar ist. Und da einfach schnell ein bisschen schöner zeigen mit dem ganzen Script, das man einfach daran hängt. Dass das einfach so funktioniert. Und jetzt können wir das noch weiter ausbieten, indem wir Beef benutzen. Beef, mit dem kann ich einfach einen Webbrowser hijacken. Ich zeige es jetzt, indem ich einfach den Link ausführe. Zum Beispiel einen Link, den ich per Spam schicken würde. Ich habe euch ein E-Mail und ihr klickt darauf. Oder dann bei Webseiten selber geht das auch in den Comments, wenn es das ausführt. Immer wenn ihr auf diese Webseite geht. Und jetzt die IP-Adresse und den Port von meiner Linux-Maschine rein. Und jetzt eben als Script ausführen. Im Link. Und jetzt seht ihr hier im Beef, ist jetzt hier schon mein Browser drin. Jetzt kann ich hier Informationen über den Browser anschauen. Ich kann Logs, ich kann Befehle. Ich kann hier verschiedene Befehle ausführen. Ich zeige das hier jetzt gerade. Jetzt gehen wir hier mal zurück. Das ist die Seite, die ich jetzt sehe. Jetzt im Webbrowser. Jetzt können wir hier Cookies. Jetzt können wir diese Session-Cookies klauen. Die Session-Cookies. Ähm. Wir können äh. Spidereye benutzen. Genau. Zum einen Screenshot machen, von was er im Moment sieht. Da läuft jetzt da. Wir sehen, wir können da auch Webcam. Ein Screenshot machen. Von seiner Webcam aus, dass wir ihn selber sehen. Die Person oder ich auch immer. Ähm. Das läuft jetzt. Da seht ihr noch weitere Befehle. Da ist jetzt eben der Screenshot angekommen, von was er sieht. Wenn er jetzt irgendwie gerade sein Username aneintippen wäre, dann hätten wir das jetzt natürlich auch gesehen. Ähm. Autocomplete von Passwörter und so können wir probieren zu klauen. Nicht ganz so einfach, aber ist möglich. Ähm. Genau. Das wäre jetzt einfach ein Beispiel von Beef gewesen. Wie das wir Crossout Scripting benutzt haben. Einfach mit einem Link. Gut. Jetzt gibt es noch anderes. Und ich möchte zeigen. Ähm. Und zwar ist das Remote File Inclusion. Ähm. Einfach, wir laden das File auf den Server und das auf dem Server drauf ausführen. Und zwar benutze ich für das einen PAP Shell. Ähm. Zeige jetzt den gerade. Gehen wir auf die Webseite. Da muss ich... Ah. Ich habe den Set Attack Proxy zugegeben. Jetzt muss ich da natürlich Proxy Settings wieder rausnehmen. Ähm. Genau. Wir laden jetzt hier den PAP Shell hoch. Und wenn wir selber auf der Webseite die Files ansehen können, die wir hochgeladen haben. Können wir die Shell benutzen. Und dann einfach die ganze Ordnerstruktur anschauen. Jetzt seht ihr, wir können draufklicken. Und dann zeigt es einem wirklich das File an, das wir hochgeladen haben. Jetzt können wir einfach die ganze Directory anschauen. Dateien runterladen. Ihr seht Passwörter. Ähm. Shadow Files. Jetzt können wir jetzt einfach alle runterladen. Und nachher eigentlich lokal einfach weiterverarbeiten. Das äh. Genau. Ja, das wäre es auch schon gewesen. Das ist so etwas, was ich jetzt gelernt habe in diesem Kurs.